Sag mal, was sollen denn die ganzen Sandwiches hier? Woher der Jugendliche leicht sind? Wer soll denn noch kommen? Niemand, nur Onkel August und Gwendo. Wirst du wohl? Wieso bist du ernst in der Stadt und auf dem Land, Jacqueline? Meine Dior, war immer schon jemanden namens Ernst zu lieben. Mir kann jeder arme verheiratete Mann nur leid tun, dessen Frau nicht Ernst heißt. Du erfindest dich ein zweites Mal als deine eigene, jüngere Schwester Ernst, nur damit du von dort weg kannst, wo du gerade bist. Und ich habe meine eigene Dauerinvalide erfunden. Sie heißt übrigens Bunbury. Meine arme Freundin Bunbury, sie ist schon wieder so krank. Sie braucht mich ganz dringend. Diese Miss Bunbury könnte sich langsam mal entscheiden, ob sie leben oder sterben will. Dieses ewige Hin und Her ist ja auf die Dauer ermüdend. Es ist ja so sehr. Es ist ja so sehr. Untertitelung des ZDF, 2020